Hi, ich bin Marlene Duffy und das hier meine lieben Freunde ist Bottle Plot. Ich habe heute zwei österreichische Weine für uns besorgt. Österreich ist vielleicht als Weinbauland noch nicht so furchtbar bekannt. Aber die produzieren gerade in der letzten Zeit so viele hammergute Weine, dass wir da zum heutigen Zeitpunkt bei Bottle Plot einfach nicht drum herum kommen, zwei Österreicher mal hier zu verkosten. Österreich hat eine Gesamtdrehfläche von ca. 50.000 Hektar. Das ist ungefähr die Hälfte von dem, was wir in Deutschland haben. Wir haben hier in Deutschland exakt 102.000 Hektar. Und die in Österreich, ich glaube genau sind es irgendwie 48.500 oder so um den Dreh. Also knapp die Hälfte von dem, was wir in Deutschland haben. Und Hauptrebsorte, number one of all the Rebsorten in Österreich ist grüner Berliner. Grüner Berliner kennen wir auch hauptsächlich, kennen wir eigentlich nur aus Österreich. Es gibt zwar in Norditalien so ein bisschen grüner Berliner und es gibt auch in Deutschland ein paar Winzer, die grüner Berliner anbauen. Aber wenn wir grüner Berliner hören, denken wir automatisch an Österreich. So und diese beiden Weine, die wir heute verkosten werden, kommen von zwei Winzergenossenschaften. Von zwei ganz, ganz großen Winzergenossenschaften. Und zwar einmal aus dem Kremstal und einmal aus der Wachau. Fangen wir an mit dem ersten Wein, den ich hier habe. Weinmanufaktur Krems. 2007 grüner Berliner. Und der ist gemacht von den Winzern in Krems mit 1450 Mitgliedern. Eine der größten Winzergenossenschaften, die es in Österreich gibt. Und die bewirtschaften zusammen ungefähr 900 Hektar Rebfläche. So, achso, den wollen wir ja jetzt auch probieren. Den habe ich gekauft im Supermarkt für 6 Euro. Und ich weiß nicht, ob ihr das gerade gesehen habt, aber der hat richtig geschäumt. Das muss ich hier gerade erst mal ein bisschen beruhigen. Da ist ganz viel prickelige Gärkohlensäure drin. Ein sehr frischer, spritziger Wein, wie es scheint. Und von der Farbe her so ein bisschen helles, leuchtendes, klares Gelb, worüber wir nicht wirklich weiter was sagen können. So, und dann riechen wir da gleich mal rein. Achso, über grünen Berliner sagt man, dass der das Pfefferl hat. Also, dass der so ein bisschen Pfefferl hat, Pfefferaroma. Und da wollen wir jetzt mal gucken, ob wir dieses Pfefferl auch finden in diesem grünen Berliner hier. Riechen wir einfach mal rein. So, eine, absolut ein fruchtiger Wein. Da sind ganz viele saftige Früchte drin. Und zwar sind das Nektarinen. Frische Nektarinen. Und dann haben wir hier solche, wie heißen die denn? Diese Marillen. Diese gelben kleinen Pfleumen. Auch ganz frisch vom Busch gepflückt. Und dann habe ich auch noch solche Honig und fast ins Karamell gehende Aromen. Also, da habe ich jetzt richtig Bock drauf, den zu probieren. Und das machen wir jetzt auch mal. Musste ich mir meinen Spucknapf eben herholen, auf dem ich auch sehr gut meine Füße abstellen kann. Nein, ich spucke nicht in mein Wohnzimmer. Also, dieser Wein hat ein Phänomen, was ich folgendermaßen beschreibe. Ich habe es schon ganz, ganz oft gedacht. Es gibt da ein Wort, mit dem ich das gerne beschreiben möchte. Und dieses Wort gibt es, glaube ich, nicht. Aber ich habe es schon ganz, ganz oft gedacht. Und zwar ist dieser Wein lutschig. Ja, er hat eine Konsistenz, auf der man ganz lange rumlutschen kann. Das ist fast wie so ein, als ob man ein Bonbon im Mund hätte. Da ist so richtig Textur. Ganz, ähm, ja, man hat einfach ganz, ganz viel im Mund. Und, ähm, dann hat der vorne auch, das, was man ja schon vorhin gesehen hat, diese Gärkohlensäure, die kommt so ganz prickelig vorne auf die Zunge. Ähm, jetzt probiere ich nochmal. Ja, und dann habe ich richtig reife Honigmelone, die da dazukommt. Und jetzt habe ich auf der Zunge so einen leichten Schmelz. Und hinten merke ich diese, diese Karamellnote. Die ist da so richtig, die hängt da so richtig. Also ein, mmh, ganz leckerer, grüner Weltliner. Und jetzt wollen wir auch gleich mal den anderen probieren hier. Da haben wir von, ähm, also, ich zeig den gleich mal in die Kamera. Domäne Wachau. Und zwar von den freien Weingärtnern in der Wachau, unter dem Label Domäne Wachau vermarktet. Und haben wir ja den grünen Weltliner, auch 2007er, Felderspiel. Und dazu komme ich gleich, was das bedeutet. Ähm, dieser Wein hat 12,5% Volumen, dieser erste hier 13% Volumen. Ähm, und trocken steht noch drauf, Qualitätswein. Mehr Infos kriegen wir nicht, den kriege ich für 8,50 Euro im Weinhandel. So, diese freien Weingärtner Wachau haben eine, ähm, eine Mitgliederzahl von 600 und bewirtschaften insgesamt 420 Hektar. Also ungefähr die Hälfte von dem, was die hier machen, also, oder was die, äh, die Rebflächen und auch die, äh, Mitgliederanzahl. Und die sitzen in der Wachau. So, nun steht da Federspiel drauf und es ist ein Vogel drauf. Ich stehe ja auf Labels, wo Vögelchen drauf sind. In diesem Fall ist es ein Falke. Und da kommen wir auch gleich zum Federspiel. Denn Federspiel, dieser Ausdruck, kommt aus der Falkenjacht. Und zwar, und das ist so ein bisschen makaber, eigentlich voll brutal. Ach, wenn ich mir das vorstelle, ähm, also was die gemacht haben, wenn die Falken, wenn die Falkenjacht gemacht haben und die Falken sind durch die Gegend geflogen und dann ist einer abgehauen, dann haben die zwei weiße Taubenflügel zusammengebunden und haben das hochgeschmissen. Und dann ist der Falke von da, wo er sich versteckt hat, halt wiedergekommen und hat sich das Federspiel geschnappt. So, in diesem Fall sind da keine gebundenen Taubenfedern oder sowas drin, sondern, ähm, das ist eine Klassifizierung, die es nur in der Wachau gibt. Die haben da Steinfeder, Federspiel in der Mitte und dann kommt es noch den Smaragd. Und das ist eigentlich ein, ähm, wie kann ich das denn erklären? Es geht dabei um Alkohol, Prozentvolumen Alkohol, und zwar geht das bis maximal 12,5 Prozentvolumen, genau wie dieser hier hat. Wenn er mehr hätte, könnte er nicht mehr als Federspiel klassifiziert werden. Und nach Oechsle zahlen, das heißt nach dem Zucker, der bei der Lese in der Weintraube drin ist. So, danach wird das klassifiziert. So viel dazu. Und jetzt probieren wir den mal. Ja, ausgespült habe ich schon. Hier haben wir auch ein klein bisschen Gärkohlensäure drin, das heißt, der schäumt auch so ein bisschen. Ein schönes Label. So, und jetzt probieren wir den mal, den Filet. So, hier haben wir ein bisschen mehr florale Noten. Und zwar erinnert mich das an Frühling, wenn man durch die Gegend spaziert und plötzlich riecht man, hier ist ein Jasminbusch in der Gegend. Also Jasmin, Jasminblüten und auch wieder Honigmelonen, so richtig reife Honigmelonen. Und dann habe ich da so richtig Williamsbirne, diese weichen, gelben Birnen. Okay, probieren wir mal. Auch ein flutschiger Wein, ein lutschiger Wein. Der flutscht ganz lutschig über die Zunge. Ist aber nicht ganz so komplex, finde ich, wie der erste hier, den wir hatten. Von der Säure her, würde ich sagen, ist der hier auch etwas höher. In diesem kommt dadurch, dass da etwas weniger Säure anscheinend drin ist, die Fruchtsüße etwas weiter hervor. Und auch bei diesem Exemplar kommt ganz hinten noch ein bisschen Pfeffer. So, wer jetzt auf meine Mailinglist möchte, ich habe einen Frosch im Hals. Oder ist es ein Federspiel? Also, wer auf meine Mailinglist möchte, um informiert zu werden, wann der nächste Bottleplot hochgeladen wird, der schreibt mir einfach eine E-Mail unter marlene-at-bottleplot.com und dann lasse ich es euch wissen, wann wir uns wiedersehen können. Ich würde sagen, geht hinaus, kauft euch eine Flasche Wein. Und zwar mal was anderes. Kauft nicht immer euren Leib- und Magenwein, so gut er auch schmecken mag. Kauft was anderes, probiert ein paar andere Rebsorten aus, ein paar andere Weinländer. Denn es gibt da so viel, was man entdecken kann und so viel, was man entdecken sollte. Es gibt ja nicht nur den einen Wein auf der Welt. Und ja, geht hinaus, kauft euch vielleicht einen grünen Weltliner und probiert den mal. Das war es von meiner Seite. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.